Hallo Freundinnen und Freunde! Ein paar einleitende Sätze sind hier nötig. Wer sie nicht hören will, geht bitte zu 2 Minuten und 15 Sekunden. Ich bin kein sehr guter Sänger. Aber auch geht es mir nicht um Millionen von Klicks. Bei dieser Gelegenheit Glückwunsch an Jennifer Rostock. Die Millionenmarke mit ihrem Anti-AfD-Song ist längst geknackt. Ich unterschreibe das inhaltlich voll. Warum ich auf meine alten Tage mit YouTube anfange? Ich möchte mir später nicht vorwerfen müssen, dass ich nichts gesagt habe, obwohl ich die Möglichkeit dazu hatte. Ich möchte diese bescheidene Möglichkeit nutzen, von der Wahl der AfD abzuraten. Für diese Sache habe ich einen Text von Hans-Dieter Hüsch vertont, der mich seit 40 Jahren begleitet. Ich habe den Refrain selbst gemacht, wegen der Aktualität. Ich möchte nicht belehren. Gut ist es aber, wir erinnern uns, dass wir 1933 gedacht haben, das wird wohl alles nicht so schlimm. Wir dachten, wir brauchen einen Führer. Auch heute denken viele, aus der AfD kann nicht noch Schlimmeres werden. Dabei müssen wir doch sehen, wie sich die AfD entwickelt hat. Am Anfang eine, es ist Geschmackssache, aber man kann sagen demokratische, europakritische Partei, die heute Arm in Arm mit Pegida und Nazis marschiert. Heute wissen wir, während den Anfängen. Was ist das für ein Phänomen? Das ist das Raffinierte dran. Als Kind hat man's noch nicht gespürt. Man hat mit allen schön gespielt. Das Dreirad hat man sich geteilt. Und niemand hat's deshalb geheult. Nur plötzlich reicht's von oben her mit ihm. Da sprichst du jetzt nicht um. Das will ich nicht noch einmal sehen. Was ist das für ein Phänomen? Und ist man größer, macht man's auch. Es scheint ein alter Menschenbrauch. Nur weil ein anderer anders spricht. Und hat ein anderes Gesicht. Dann setz dich in Bewegung leis. Der Hochmut und der Teufelskreis. Auch wenn man es so harmlos meint. Das ist das Anfangsbild vom Feind. Und plötzlich steht an jedem Haus Die Türken und Zigeunerhaus. Die Türken und Zigeunerhaus. Was ist das für ein Phänomen? Was Deutsche mit den Nazis gibt. Ihr sagt, ihr fällt mit AfD und aus Protest. Der Demokratie, gebt ihr den Rest. Der Demokratie, gebt ihr den Rest. Bringt mit dem Feuer in der Hand. Euer Leichtsinn steht das ganze Land in Brand. Wer Arm in Arm mit Beginner rennt. Und wenn du einen Penner siehst. Der sich sein Brot vom Dreck aufliest. Dann sagt ein Mann zu seiner Frau. Guckt ihr den Schmierfick an die Sau. Und auch die Asylantenpest. Der letzte Rest vom Menschenrest. Verwahrlost als Sozialdruck raus. Und früher warf man die gleich aus. Das haben wir schon mal gehört. Da hat man die gleichsten Föger. Dann hat man sie erschlagen all. Was ist das für ein Größenwahn? Es fludert auf im Handumdrehen Und ist auf einmal Welt geschehen. Nur weil kein Mensch derselbe ist. Ob schwarz oder braun oder gelb er ist. Wird er verbrannt. Ob Frau, ob Mann. Und das fängt schon von klein auf an. Und das fängt schon von klein auf an. Was ist das für ein Phänomen. Das Deutsche mit den Nazis geht. Wir sagen, wir werden die AfD nur aus Protest. Der Demokratie gebt ihr den Rest. Ihr spielt mit dem Feuer in der Hand. Euer Leichtsinn steckt das ganze Land in Brand. Wer Arm in Arm mit Pegida rennt. Muss sich nicht wundern, dass man in der See geht. Und wenn ihr heute Dreirad fahrt. Ihr Sterblichen noch klein und zart. Lasst keinen kommen, der da sagt. Dass ihn dein Spielfreund nicht behagt. Dann nehmt euch alle an die Hand. Und nehmt auch den, der nicht erkannt. Dass früh schon in uns allen brennt. Das, was man den Faschismus nennt. Nur wenn wir eins sind überall. Dann gibt es keinen neuen Fall. Von Auschwitz bis nach Buchenwald. Wer's nicht erkennt, der merkt es bald. Nur wenn wir in uns alle sind. Besiegen wir das Phänomen. Nur wenn wir in uns alle sind. Fliegt keine Asche mehr im Wind. Dankeschön. Dankeschön. Aktiviert. Uhh. KMPLT POS. KMPLT 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 KMPLT